Im Darm leben Billionen von Bakterien und Mikroorganismen. Beim Schwein wie beim Menschen auch. Gemeinsam bilden sie die Darmflora, auch Mikrobiom genannt. Das Mikrobiom ist zentral für die Verdauung, aber auch für die Krankheitsabwehr. Eine ausgewogene Fütterung begünstigt die Darmflora. Jedoch ist ein fundiertes Verständnis des Darmmikrobioms nötig, um die Darmgesundheit zu verbessern. Bis jetzt ließ sich das Darmmikrobiom nur mit einer Kotprobe analysieren. Aber das Mikrobiom im Darm ist nicht dasselbe Mikrobiom wie im Kot. Forschende von Agroskop haben eine Kapsel entwickelt, die am lebenden Schwein unbemerkt eine Darmprobe entnehmen kann. Die Kapsel wird dem Tier wie ein übliches Medikament in Pillenform verabreicht. Im Dünndarm angekommen, öffnet sie sich für 10 Sekunden und lässt das Mikrobiom einfließen. Danach wandert sie durch den Darm und wird mit dem Kot ausgeschieden. Der Kapselinhalt ist bereit zur Analyse. Mit der Kapsel lässt sich das Darmmikrobiom von gesunden und kranken Schweinen vergleichen. Der Einfluss der Fütterung und von Maßnahmen gegen Verdauungsstörungen können präzis analysiert werden. Diese Erfindung ist für die Mikrobiomforschung revolutionär. Wir nähern uns dem Ziel, dank der Fütterung gesunde Schweine mit einer geeigneten Darmflora aufzuziehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.